Yo Leute, das neue Format geht weiter. Leitogara hat sich gewünscht und hat den Vorschlag gemacht. Das Video endet, wenn du in FIFA ein Gegentor bekommst. Let's go. So Leute, ihr habt nicht geschrieben in welchem FIFA und da ich keinen Bock habe auf die neuen, die sind alle Schrott, habe ich jetzt einfach mal random FIFA 17 installiert. Mal gucken, ob wir dort noch einen Gegner überhaupt online finden. Schauen wir mal. Yo Leute, ich habe leider keine Gegner gefunden bei FIFA 17, weder im Ultimate Team Online noch im normalen Modus Online. Jetzt spielen wir gegen den Computer. Ich stelle den Computer jetzt auf... Legende. So, FIFA 17. Liebe Zuschauer, es ist angerichtet. Heute kommentieren für Sie Rolf Fuss und Frank Wussmann. Und ihr seht einfach, wie sich in FIFA nichts geändert hat. Die Grafik natürlich ein bisschen, aber im Grunde sieht es immer noch so aus. Das ist FIFA 17, oder? Aber, wie spielt sich das Spiel? Ist es auf jeden Fall schneller auf dem ersten Eindruck? Ich sage jetzt, wie ist dein Eindruck von der Heimannschaft? Ich komme überhaupt am Ball bei Legende. Niemandsland, der hat natürlich jetzt an der Schicksal hat gelassen. Und da dürften die ersten Spieler in Gedanken vielleicht schon die Ehre der Junge. Man kommt gar nicht an Ball. Das sind Mitspieler frei. Schieß den rein. Und den Ball hält der Torhüter fest. Zack, nach vorne der Ding. Jetzt müssen Sie aufpassen. Spielt sich alles ein bisschen flott. Da reichen, die mahnende Worte. Aber das Spiel hat ja eben erst begonnen. FIFA ist nicht mehr, dass es das war. Ganz, ganz früh. Super Variante. So, jetzt gehe ich ab. Jetzt trennt er ihn vom Ball. Boah, du Scheiße. Mavrai. Poltby. Jetzt vom ersten Spielgefühl. FIFA macht mir noch keinen Spaß. Wird das seine Torschung? Ja, welche Zeit, Alter? Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da! 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 Da!